Nur 1% finden den Fehler bei diesem mysteriösen Dreieck. Kopieren wir uns dieses Dreieck mal mit genau den gleichen Teilstücken, stellen wir uns alle eine Frage. Wo ist das Kästchen, was in der Mitte hier unten fehlt? Die großen Dreiecke sind exakt gleich groß und die einzelnen Teilstücke sind auch gleich groß. Das kann ich dir einmal zeigen, indem man sie übereinander legt. Das Orangene ziehen wir hier hin, das Gelbe können wir hier hinziehen, das Grüne nach oben und das Blaue ziehen wir nach vorne und wir sehen, es sind genau die gleichen Stücke, aber das Kästchen fehlt.